Moin, ihr kleinen Oslox. Nee, okay. Das lassen wir drinnen. Das lassen wir so hart drinnen. Alter, Mario hat einen fetten Schwanz, ne? Als ob! Nein! Du Kochsucker! Schmitz-Katz. Hat er doch, er hat doch keinen. Ja, der ist so klein, den sieht man nicht. Wenn man so überlegt, Bowser läuft immer nackt rum. Immer. Das stimmt. Aber Thaddeus auch. Und dann führt er mal Peach und das macht's immer komischer. Ja, ich kann nicht lesen. Nee, weißt du, so Games kommen, die so Klischees, fetz, fettige Haare. Ja, das ist irgendwie die RTL-Sache. Gamer, stinkende Gamer. Ja, und dann laufen so ganz normale Menschen im Hintergrund rum und die wecken sich die extremsten Hardcore-Gamer raus, Alter. Quizfragen, die waren eigentlich ganz cool. Ich glaube, ich meine, äh, Leute haben das damals nur, haben das damals so cool gefunden. Ja? Der soll das mal bitte in die Comics schreiben. Kamekowichser! Der, der, der soll das mal bitte hier. Mann! Ich bin doch nicht so ausgerastet im MinoLabsplay! Nicht mal in FIFA Privat! Das ganze Pop-Schuss war wie groß Feuer Spucke! Das ist dein Part, ne? Joa. Zensierst du schlimme Sachen? Ne. Weißt du, dann scheiß ich jetzt mal, du verfickter schwarzer Hurensohn, Alter. Ja! Der sitzt gegen schwarze, Alter, aber diese Pflanzen, ne? Und dann werde ich dieses Finale gucken, ich bin schon richtig gehypt, und dann sagt der Typ so, ne, du machst es jetzt aus, mir wird ein Buch vorgelesen, wo meine Eltern, ich denke mir so, du bist elf oder was, was ich. Und dann fängt gerade dieser Kampf an, ne? Wo er diese, wo er diese Erd, Erdfläche da auf den wirft. Ja. Ich denke mir so, Halt die Fresse und... Hihihihi. Jesus Christus, wenn ich jetzt sterbe, ich raste aus. Das ist eigentlich noch schlimmer, wenn die so heißt. erst mal das intro Okay, herzlich willkommen Meine ohren bluten Ja, oh, wo sind denn hier die Star-Coins? Ey, mann! Lies die Brieflicht! Geh doch weiter! Geh weiter! Vielleicht bin ich dann besser? Ja, bin ich auch Oh, ja, sehr gute Aktion Herzlichen Glückwunsch! Ich bin geistig behindert Ist hier ein Item? Ja, ich kann... Oh! Hallo, Buck! Hä? Hä? Was ist das denn? Ja, Mann! Was ist denn mit meinem scheiß Stuhl los? Warte mal, was ist das hier? Hallo? Stuhl? Hä? Okay... Ich glaube, jetzt funktioniert er wieder Was? 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 Was?ä das war auch damals ein geplanter aufenthalt und wer mein zimmer ist einfach was ist los alter ich habe mich richtig dämlich versprochen ja danke dann danke ja genau ja gut hat mich zerfickt oder ich mich selbst eigentlich aber er hat sich schon selber gewusst ein bisschen so